Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Am Sonntag ist es endlich soweit. Unsere Mannschaft ist wieder in der Bundesliga gefordert und es geht ja zu TSG Hoffenheim. Und darüber sprechen wir auch hier und heute. Wie sieht es für das Spiel mit dem Personal aus und vor allen Dingen auch, was gibt es für Regelungen für uns Fans, die in Sinsheim vor Ort sind? Denn dort werden auch gewisse Verbote ausgesprochen, weil ja unglaublich viele Schalker erwartet werden. Neuigkeiten gibt es auch rund um die Besetzung eines neuen Sportdirektors, denn dort gibt es nun mal interessante Aussagen von Peter Knebel, wer es werden könnte und wer es eben auch nicht wird. All das und mehr haben wir heute bei den aktuellen Schalke News. Legen wir erstmal sportlich los mit dem Blick aufs Personal für unser Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Und dort war ja vor allen Dingen auch die große Frage, kann Moritz Jens zurückkehren oder nicht? Oder wird neben Maya Yoshida wieder Leo Greimel spielen? Und darauf hat sich Thomas Reismal gegenüber der gestrigen Medienvertreter auf der Pressekonferenz geäußert und über Greimel folgendes gesagt. Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Leo Greimel aber auch gegen Leverkusen. Moritz hatte sich mit Maya Yoshida gut eingespielt. Mit seiner Ausstrahlung macht er auch seine Nebenleute besser. Es wäre wichtig, wenn er zurückkehrt. Heißt aber nicht, dass ich mit Leo unzufrieden war. Wir sind trotzdem froh, wenn Moritz zurückkehrt. Das wäre eine weitere Alternative und nicht die schlechteste. Gibt es zum einen von Reis durchaus ein Lob für Leo Greimel. Aber ihm auch die klare Aussage, dass uns natürlich Moritz Jens unglaublich helfen würde. So richtig damit rausrücken, ob er denn jetzt komplett fit ist oder nicht, wollte Reis gestern noch nicht. Er sagt aber auch generell zum Personal, dass es natürlich bis Sonntagabend noch ein bisschen Zeit ist und sich sowohl dann auch im positiven Sinne, aber natürlich auch im negativen Sinne noch etwas ändern könnte. Grundsätzlich ist Reis aber sehr zufrieden mit der Entwicklung. Es könnte im Moment fast jeder schaffen in den Kader. Wir sind komplett im Zeitplan, haben noch zwei Trainingseinheiten. Es sieht bei allen Spielern sehr gut aus. Da muss sich eine Entscheidung treffen, wer im Kader stehen wird. Ist Thomas Reis auch erstmal grundsätzlich froh, dass er auch einfach mal wieder mehr Auswahl hat, weil es wirklich einige Akteure gibt, die wieder fit sind. Zum Beispiel eben auch Chereunen, Ruronen und Sepp Vandenberg, die echt gute Fortschritte machen. Hoffenheim kommt für die beiden womöglich noch zu früh, aber auch dort geht es ähnlich wie bei Sebastian Polter in die richtige Richtung. Ich denke vor allen Dingen auch für Hoffenheim könnten eben solche Spieler wie Thomas Auwejan, Danny Latza, Tim Skarke und natürlich eben auch einer wie Moritz Jens oder auch Kenan Karaman nochmal deutlich interessanter sein. Vor allen Dingen Jens würde uns, glaube ich, am Sonntag schon extrem weiterhelfen. Schauen wir nun mal auf Themen, die vor allen Dingen für unsere Fans unglaublich interessant sind. Und da geht es jetzt vor allen Dingen auch über unsere Ticketpreise, denn die werden zur kommenden Saison 2023, 2024 angepasst und in diversen Kategorien in unserem Stadion gibt es Preiserhöhungen. Die Kinder- und Jugendpreise bleiben dabei unverändert und auch im Stehplatzbereich wird es nur zu minimalen Änderungen kommen. Aber auch wenn genau diese beiden Faktoren, Stehplätze und Kinder- und Jugendpreise wichtig für unsere Verantwortlichen sind, ist immer mittlerweile klar, dass in den anderen Blöcken und Bereichen drauf gezahlt werden muss. Und das schon noch relativ deutlich im Vergleich zur aktuellen Saison. Wenn man zum Beispiel sich in einer hohen Kategorie aktuell eine Dauerkarte gesichert hat und die im Blog-Format hat, sprich in Papierform, dann würde der Sitzplatz von aktuell 884 Euro auf 1003 Euro steigen. Eine Tageskarte kostet dann statt 52 Euro 59 Euro. Für ein Topspiel erhöht es sich von 62 Euro auf 69,50 Euro. Das ist natürlich schon eine relativ hohe Preiserhöhung, die unser Verein dort vollzieht. Man hat aber eben auch die Dauerkartenbesitzer schon im Vorfeld informiert und eben dann auch alle Fans auf unserer Club-Homepage und damit auch nochmal klar gemacht, dass eben das Thema Ticketpreise wichtig ist und einfach auch logischerweise geplant werden muss für die kommende Saison. Und es deswegen auch einfach nicht anders geht, diese Preise mal anzuheben. Der genaue Wort lautiert so, seit vielen, vielen Jahren hat der Verein die Kosten für Eintrittskarten konstant gehalten. Mit den Zweitligapreisen aus der vergangenen Saison wurde erstmals seit sehr langer Zeit eine neue Kostenstruktur auf Schalke eingeführt. Eine große Neuerung war in der Kinder- und Jugendpreis, die erstmals vorgestellt wurden und die seitdem einen elementaren Stellenwert besitzen. Sie werden im Zuge der Preis-Neustrukturierung unverändert fortgeführt. Es gibt in diesem Bereich keine Preiserhöhung. Und auch die Stehplätze in der Nordkurve werden wie angerissen sich preislich nur unwesentlich verändern. Es ist eben ein Thema, was unseren Verantwortlichen sehr, sehr wichtig ist. Der Stehplatz für einen Vollzahler wird nämlich um 50 Cent von 15,50 Euro auf 16 Euro erhöht. Was natürlich dann sicherlich noch durchaus ein Thema ist, was man auf jeden Fall so akzeptieren kann. Für die übrigen Preiskategorien ergeben sich aber für die kommende Saison Preisveränderungen und zwar Preiserhöhungen. Und hierbei wird jetzt nicht jede Kategorie um den gleichen Prozentsatz angehoben, sondern die Struktur verändert sich von Preiskategorie zu Preiskategorie. Und in einer möglichen Zweitligasaison behalten dann die Ticketpreise der aktuellen Saison ihre Gültigkeit. Und so wird man eben dort in der zweiten Liga den Preis von der aktuellen ersten Liga zahlen. Natürlich ein sehr sensibles Thema. Faktisch werden unsere Tickets auf jeden Fall teurer. Das ist auf jeden Fall klar und für manche sogar deutlich teurer. Das ist natürlich durchaus heftig. Aber gut, wenn man eben dann die Preise über Jahre stabil halten kann, dann gibt es halt irgendwann auch mal einen größeren Sprung. Und der ist genau jetzt eingetreten. Trotzdem kennen wir alle Schalke und wissen, dass uns Fans als sowas nicht davon abhalten wird, ins Stadion zu fahren, zu gehen und unsere Mannschaft zu unterstützen. Und genau sowas werden wir dann auch am Sonntag wieder sehen, wenn wir Schalker auf Reise sind Richtung Sinsheim. Denn wir Schalker sind ja am Sonntagabend, Ostersonntag um 19.30 Uhr zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Und schon im Vorfeld haben ja viele unserer Fans den Ticketshop der TSG wirklich dazu geplündert. Und es wird durchaus auch eine regelrechte Invasion in Sinsheim geplant. Bis zu 12.000 Schalker wollen ja am Feiertag die Reise nach Baden-Württemberg antreten. Bei manchen Angaben hört man ganz klar auch mehr als 10.000 Schalker. Hier jetzt bis zu 12.000 Schalker. Manche sprechen sogar von 15.000 Schalkern. Und deswegen bereitet sich auch die TSG Hoffenheim auf unsere zahlreichen Fans ordentlich vor. Die Zahl der Sicherheitskräfte wird für das Spiel aufgestockt. Und man will wohl auch deutliche Striche ziehen, was einfach die Fanabteilung angeht im Stadion. Wo Schalke-Fans mit Fankleidung hin dürfen und wo nicht. Denn Gäste-Fans wird in mehreren Blöcken der Zutritt nicht gestattet, sollte eben auch Gäste-Fan-Kleidung getragen werden. Das gilt für die Blöcke O, P, Q, R, S1, S2, T, U und V. Möglicherweise habt ihr euch auch dort für Tickets geholt. Ich selber werde auch in Sinsheim vor Ort sein. Hab mir ein Ticket im Block I geholt, näher Aussetzblock. Der fällt zum Beispiel jetzt nicht mit da rein. Die Blöcke, wo eben dann Gäste-Fan-Kleidung verboten ist, das sind die rund um die Hoffenheimer Ultrakurve. Denn auch das hat man ja mittlerweile schon mitbekommen. Haben sich sogar auch viele Schalker für deren Stehblätter-Tickets geholt, weil es einfach keine mehr gab. Und auch deswegen ist diese Maßnahme dort Gäste-Fan-Kleidung zu verbieten, eine, die nicht überall gut ankommt. Das Zutrittsverbot ist lächerlich bei 12.000 Schalkern. Das kannst du gar nicht durchsetzen. Dann ist das Stadion halb leer. Sagt nämlich Johannes Günther vom Fan-Club Sportfreunde Kurfalz 04, der vor dem Spiel ein Fan-Fest für alle Schalker organisiert gegenüber Reviersport. Klar, alle anderen Schalker, die jetzt nicht in den Blöcken sind und Fan-Kleidung anhaben, die haben natürlich nichts zu befürchten. Und selbst, wenn du eben dann in den Sitzblock sicherlich gehst in Nähe der Ultras Hoffenheim, wirst du womöglich keine so großen Probleme haben. Es ist einfach der grundsätzliche Plan von Hoffenheim, eben dann solche Fans nicht hineinzulassen. Aber natürlich bleibt es eben auch abzuwarten, wie gut das den Sicherheitskräften gelingt. Auf jeden Fall ist klar, dass es wahrscheinlich aus unserer Sicht eine Heimspiel-Atmosphäre wird, die auch unglaublich wichtig ist, um ihm auch dort bestehen zu können. Und auch Thomas Reis freut sich schon sehr auf diese Atmosphäre. Ich habe hier auf Schalke zwar schon viel erlebt, aber das ist die nächste Stufe. Der Support ist sensationell. Wenn ich nur daran denke, dass so viele Schalker am Sonntag im Stadion sein werden, bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Mich selber erinnert das auch sehr, sehr stark an vergangene Saison, wo wir ja mit über 10.000 Leuten in Sandhausen waren. Ist eine ähnliche Umgebung, ein ähnlich wichtiges Spiel war es eben auch damals. Und eben jetzt kommen wir mit vielleicht 15.000 Mann in den 30.000-Mann-Stadion. Das ist natürlich schon wirklich überragend. Und auch Pellegrino Matarazzo, Hoffenheims Trainer, hat sich mal darüber geäußert und bleibt da relativ gelassen. Es bleibt immer unser Stadion. Wir haben auch gegen Dortmund ein ausverkauftes Haus mit vielen gegnerischen Fans gehabt. Und die Stimmung ist dadurch sensationell. Unsere Fans halten dagegen, geben uns Kraft und wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag gegen Schalke vor ausverkauftem Haus. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass das für die Mannschaft selber von Hoffenheim sicherlich eher zum Problem werden könnte. Denn ich kann mir schon wirklich gut vorstellen, was man auch so hört, wo sich Schalker Tickets geholt haben. Dass die Mehrheit im Stadion blau und weiß ist und zwar königsblau und somit eben auch Anhänger von Schalke sein wird. Kommen wir nun zurück zu einem sportlichen Thema und das ist natürlich auch weiterhin die Besetzung des Sportdirektorenpostens. Es ist ein bisschen ruhig geworden rund um die Position eines neuen Managers, aber es gibt dort nun nochmal Neuigkeiten. Aktuell planen ja unseren Kader Sportvorstand Peter Knebel, Sportreferent René Grotus und Chefscout André Hechelmann. Eine langfristige Lösung ist das aber wohl nicht. Ein neuer Kaderplaner soll ja unseren Verein verstärken. Dann gibt es eben verschiedene Optionen, ob man eben eher einen holt für den Hintergrund, eben den typischen Kaderplaner. Ob man auch wen holt für die Öffentlichkeitsarbeit, sprich eher einen Sportdirektor. Und unser Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder hat ja auch schon mal durchblicken lassen, dass mehr als 20 Namen auf Peter Knebels Zettel stehen könnten. Und nun ist auf jeden Fall klar, dass Gerald Asamor keiner mehr davon ist. Asamor wird bei uns nicht neuer Sportdirektor im Sommer. Das machte nämlich nun Peter Knebel im Gespräch mit der DPA deutlich. Er traue Asamor den Job zwar grundsätzlich zu, aber zumindest für diesen Sommer ist das noch kein Thema, dass Gerald Asamor neuer Sportdirektor wird. Ich denke mal, allzu überraschend kommt diese Meldung jetzt auch nicht zwingend. Asamor selber hat ja auch diesbezüglich selbst selber auf die Bremse getreten, weil er sich auch jetzt erstmal weiterbilden möchte. Und eben auch als leider Lizenzbereich seine nächsten Schritte gehen möchte. Asamor absolviert ja aktuell einen Managementlehrgang beim DFB. Aber auch das ist sein klares Ziel, eines Tages mal als Sportdirektor zu arbeiten. Und genau das sieht auch Peter Knebel so. Bei Asamor haben wir natürlich eine gewisse Fantasie, sonst würden wir ihn in dem Bereich ja nicht ausbilden. Und eine interne Nachbesetzung der vakanten Stelle ist aber dennoch denkbar. Denn Knebel betonte auch gegenüber der DPA, dass er neben Asamor auch eben Hechelmann und Grotus auf der Liste hat. Und auch, und das ist mal ein neuer Name, unserem Knappenschmiededirektor Matthias Schober den Job als Sportdirektor zutraut. Final entschieden ist hier auf jeden Fall noch nichts, aber mit Matthias Schober haben wir auf jeden Fall jetzt nochmal einen neuen Namen hier mit dabei, über den man dann sicherlich mal diskutieren kann. Peter Knebel will sich allerdings auch noch weiterhin ein bisschen Zeit lassen. Wir sind in Gesprächen, die intern bleiben werden. Wann wir etwas verkünden können, kann ich noch nicht sagen. Und ich denke mal, dass auf der Position eine Neuigkeit kommen wird, wenn man möglicherweise eben dann auch weiß, in welcher Liga man spielt, das Saisonziel erreicht hat oder eben auch nicht. Und man eben dann auch erst recht auf solche Themen blicken kann. Was auf jeden Fall klar ist, Gerald Asamor ist Stand jetzt keine Option für den Posten als neuer Sportdirektor. Und jetzt könnt ihr nochmal eure Meinung zu den verschiedenen Themen gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.